Hallo, mein Name ist Jennifer Schatzl. Ich arbeite als Erzieherin im AWO Kinderhaus am Schloss in Schorndorf. Meine Gruppe ist von drei bis sechs Jahren und die anderen zwei Gruppen sind von eins bis drei Jahren. Also das Set Lego Education Technik hat mich als Erzieherin ganz arg überzeugt mit den Kindern. Mir ist aufgefallen bei den Beobachtungen einfach, dass die Kinder stark in Kommunikation getreten sind, dass sie Spielsachen geteilt haben, das Sozialverhalten wird gefördert bei den Kindern. Die Konzentration dadurch, dass sie natürlich motorisch sehr stark gefördert werden jetzt beim Lego Education Technik und durch verschiedene Materialien einfach jetzt durch das Zusammendrehen, zusammenbauen, müssen sie natürlich viel feinmotorisch arbeiten, die Kinder. Es passiert auch ein großer Denkprozess, da die Kinder ja verschiedene Materialien erstmal zusammenbauen und natürlich vorher schon im Kopf eine Fantasie haben, was sie denn gerne hätten und deswegen hat mich dieses Produkt total überzeugt. Bis zum nächsten Mal.